Hallo liebe Zuschauer, wir sind heute hier mit Dr. Lev Ohnen, der bei uns auf Leinebergland TV exklusiv Stellung nehmen möchte, zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen, er habe nach Aussage der Eifelder Zeitung seinen Doktortitel aus dubioser Quelle von der Karibikinsel Dominika erkauft und danach rechtswidrig geführt. Herr Ohnen, was sagen Sie dazu? Aha, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, der Wahrheit verpflichtet, der Rest wird gedichtet. Bis zum nächsten Mal.